Hier sind wir laut meinen Infos heute auf einem rumänischen Server. Das Anti-Cheat ist hier so kacke. Das Skywars unterscheidet sich nämlich noch vom normalen Skywars, was wir zum Beispiel von GOMBO oder Meinsucht kennen. Ach, willst du wieder abstaunen kommen? Bisschen blöd gelaufen, ne? Einen flauschen guten Tag, wünsche euch eine herzliche Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir sind ja in dem heutigen Video nicht auf dem Meinsucht.net-Server zum Skywars spielen, sondern sind wir laut meinen Infos heute auf einem rumänischen Server, um Minecraft zu spielen. Ihr seht schon, andere Sprache, ich kann kein Rumänisch von daher. Aber die haben hier jetzt schicke Minigames, wie zum Beispiel Skywars und Badwars. Badwars werden wir in einem anderen Video ausprobieren. Das habe ich auch schon getestet. Ich habe jetzt den Server so ein, zwei Tage getestet. Ich muss mal schauen, wo ist hier. Können wir hier noch rein? Ne, gut, ist es wahrscheinlich nicht. Hier können wir auch nicht mehr rein. Ich muss hier irgendwas finden, wo hier... Ach, wir gehen einfach mal in eine Lobby rein, sollte schon jemand kommen. Dieser Server hier, ich bin durch YouTube aufmerksam geworden, habe ihn jetzt zwei Tage getestet und muss es echt sagen, Also, mal ernsthaft, der Server hat 5000 Slots. Ich weiß nicht, ob irgendjemand aus dem Team hier auf dem Server spielt. Ich gehe nicht davon aus, weil sonst hätten sie nicht so ein Kack-Anti-Cheat. Hier gibt es so verdammt viele Hacker. Ich sage es euch, in jeder zweiten Runde findet ihr einen Hacker. Das kann ich mein ganzes Erbe draufsetzen. Mein ganzes Reichtum, na gut, Reichtum nicht, aber... Das kann nicht sein, es stimmt wirklich, es stimmt. Darauf wetten, ich werde sowas von gewinnen. Hier gibt es dermaßen viele Hacker als Mein-Sucht und Gormeda. Ja, die sehen da gegen alt aus. Das Anti-Cheat ist hier so kacke. Aber ich habe auch... Also, das Anti-Cheat ist hier in Tave. Und das meine ich, hatte Mein-Sucht auch drauf. Die sind auf jeden Fall, in Tave ist mit Mein-Sucht, glaube ich, gepartnert. Und deshalb... Reicht mich. Muss man da irgendwas einstellen? Oder haben die bei meinem Anti-Cheat irgendwie alles ausgestellt? Oder warum gibt es hier so viele Hacker? Nein! Oh nein, er hat die beste Rüstung der Welt. Und mit beste Rüstung meine ich beste Rüstung. Das Skywars unterscheidet sich nämlich noch vom normalen Skywars, was wir zum Beispiel von Gormeda oder Mein-Sucht kennen. Denn das ist hier so wie der Großhändler von Gormeda oder Mein-Sucht. Hier gibt es nicht ein paar Blöcke, da mal ein, zwei Schwerter. Hier gibt es alles in Massen. Machst du eine Truhe auf, findest du mit wenig Glück vielleicht mal ein Stack. EP, ein Stack, Pfeile. Hier gibt es schön viele Bögen, ganz viel OP-Zeug. Diamantrüstung mit Schutz, drei. Findest du alles in den Kissen. Ist wie im Schlagraffenland. Und dann, wenn da noch Hacker kommt, dann hast du den Jackpot gezogen. Das kann ich euch aber sagen. Also, ich habe hier schon mal eine Erfahrung gemacht. Man kann natürlich so einen scheiß Equip wie ich zum Beispiel hier bekommen. So, dann haben wir hier natürlich noch mehr Trash. Hier haben wir ein bisschen was, was wir nehmen können. Das ist natürlich hier super, sehr ideal. Ja, das ist jetzt hier nicht das beste Beispiel am schönen Equip, was ich euch gerade hier eingeredet habe. Aber dann müssen wir mal auf eine weitere Insel. Ja, der hat zum Beispiel gerade das schönste Equip, was es gibt. Ich habe das. Ein Skill mit einer Hacker-Maske. Also, auf dem Server, da kann ich mir wirklich nichts mehr Gutes erhoffen. Aber auf dem Server gibt es echt alles in Massen. Jetzt, du, so overpoweredes Zeug. Das ist einfach unnormal. Im Gegensatz zu meinen Sucht ist das nicht. Also, hier kann ich euch zeigen. Schutz, drei. Schutz, zwei. So, hier haben wir eigentlich schon fast... Okay, hier haben wir jetzt das Schärfe-Zweifert. Es gibt noch ein Schärfe-1 mit Verbrennung, eins drauf. Das kann man natürlich auch bekommen. Und der Typ hat der... Man muss hier auch auffassen, weil hier gibt es auch Eier und Schneebälle. Und natürlich auch Enderperlen und... Ja, Äpfel wie Sand am Meer. Und daher ist das hier nicht so schwierig mit Scheiß-Equip. Ja. Ähm. Ja. Äh, Internet haben hier wahrscheinlich auch mehr als ich Probleme. Und was ich hier auch die ganze Zeit für Archivments voll schalte, habe ich auch keinen Plan, weil ich immer noch keinen Rumänisch kenne. Aber was ich weiß, du wirst jetzt einmal sterben. Und nein, der... Nein. Nein. Danke. Nicht wundern, das sind die Animationen vom Fall. Ich hätte natürlich jetzt gern auch einen Bogen. Und... Ja. Oh, Moment mal. Tja, da hast du dich wohl zu früh gefreut, mein Junge, ne? So. Mein Internet kann sein, dass hier ein bisschen verzögert ist. Ja, klasse. Entweder hat der Verbrennung drauf oder ich bekomme gleich Besuch. Zu dem Thema. Hat dir meine Combo gerade nicht gereicht, mein Junge? Ich verdrehe gerade mein... Ich habe gerade meine Hand um 90 Grad verdreht. Junge! Ich muss natürlich... Ah! Nicht wundern, das sind Teddys genabbt. Ich habe alle Nose-Skins mit Teddys ersetzt. Ach! Willst du wieder abstauben kommen? Na, bisschen blöd gelaufen, ne? Ja, ne? Ne, ne? Ja, jetzt kriegst du das, was du verdient hast. So. Boah, sieht der sich hier andauernd weg, also. Feuerzeuge und Wassereimer gibt es hier nicht, soweit ich mitbekommen habe. Deswegen kann ich das ganze Zeug auch nicht verbrennen, aber... An EP muss man hier nicht sparen. Sagen wir es mal so. Lava gibt es nicht, Wasser gibt es nicht, man verhungert nicht, man hat 10 Stacks. Ah, hier haben wir noch Eier, sehr schön. So, es gibt noch einen anderen, wo hockt der jetzt hier rum? Da. Ne, da war er nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die hier... Ich muss erst wahrscheinlich eine Stunde online bleiben. Sehr schön. Das sind auch die Qualitätsmerkmale hier. Ach ja, und nicht zu vergessen, diese Steinbröckel, die kommen nicht von den Superspielern hier, sondern von... Toch, mein Herz. Von dem superklasse Bautteam, was hier natürlich einen Schieß darauf gegeben hat, wie die Map unten aussieht. Hauptsache oben ist halt schön. Und natürlich, die Admin, guck, die interessiert jetzt auch nicht. Die stellen sie einfach ein. Ach, wen haben wir denn da? Na, wollen wir dich mal besuchen, komm. Komm, willst du ja nicht zu mir. Na. Doch, geh ruhig wieder rein, ne. Sagst mir, hast mir ein kurzer Hallo gesagt, nicht. Ist ja so. Ach, ne, ne, ne. Ne, also so nicht. So nicht. Ich hab auch ne schöne Spitzhacke. Genau, geh mal weg. Bösser Junge. Na, da haben wir auch schon. Die erste Runde gewonnen. Ich würde sagen, eine Runde. Die hängen wir noch hinten dran. Und vielleicht haben wir heute noch das große Glück, dass wir einen Hacker sehen. Unwahrscheinlich wäre das hier nicht auf dem Server. Äh, okay, warum hängt jetzt hier TNT in der Luft? Ach so, das ist wahrscheinlich, wenn dort kein Spieler ist, ist mir richtig. Nehme ich ruhig das Equip mit. Ach, da hinten ist noch ein Teddy. Ach, kann sich das wahrscheinlich aussuchen hier. Ich bin wahrscheinlich so einer wie die da so ein Moskin. Okay, mit der Tablet sehe ich hier eh nicht durch. Ja, ist aber so komisch. Hä? Mach mal Wichser, ey. Ja, okay, dann geht's auch schon. Dann geht's auch schon eine Runde. Ja, also so schnell geht das. Keine langen Wartezeiten. Es geht direkt wieder rein in die Action. Zack, zack, zack. Und hier haben wir natürlich wieder eins dieser. Okay, das war halt auch kein Gegner. Ich dachte gerade, ich habe hier schon wieder was gehört. Hier haben wir natürlich wieder unsere acht Ender-Pfällen. Die brauchen wir natürlich. Und natürlich haben wir wieder das letzte Rotz Equip. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir hier sehr schlechtes Equip haben, damit wir hier ja nicht zu gut sind. Ach. Moment. Dein Schwert nehme ich. Ja, okay. Ja, also... Wahrscheinlich komplett lost hier. Ist wahrscheinlich gar nicht... Was ich hier machen soll, auch... Ist mir recht. Nehme ich mit. So. Nehme ich auch mit. Sehr schön. Also manchmal ist es hier auch leicht auf dem Server. Aber die Kämpfe gehen auch manchmal so extremst lange. Und ja, Amboss hat man hier auch. Schön braucht man sich alles selber craften. Es sei denn, man hat das beste Lootlack. Also, wenn man hier Glück hat, dann hat man eigentlich so gut wie gewonnen. Holz dürfen wir natürlich auch nicht vergessen in allen Farben und Varianten. Ach. Ach, Acht Enderperlen. Ach, warum nicht? Hier gibt es vier mal. Die Enchanter brauche ich nicht. Von daher haben wir hier vielleicht Enderperlen. So zutronen wir es aber... Na gut, wir haben noch vier andere. Okay, da vorne ist eine Schnelligkeit, nehme ich mit. Können wir mal nehmen. Okay, hier drüben haben wir hier noch Enderperlen drin. Neh. Okay, dann holen wir den uns mal. Dann natürlich wieder die Qualitätsmerkmale. Guten Tag. So. Braucht mal mehr. Geppel. Ja, oh. Willst du hier abstauben oder so nicht? Da, ne, ne, ne. Was? Okay. Ja, gut, dass es hier keine Wassereimer gibt. Ich glaube, auf jedem sind hier schon Schlag 1. Egal, welchen Bogen du hast, du hast Schlag 1 mindestens. Äh. Okay. Es kann sein, dass sie hackt. Muss aber nicht sein. Hä? Warum? Jo, ich hab dann mal einen gewonnen, ne? Okay, dann war es auch schon mit dem zweiten. Okay, hab funktioniert. Wen ist noch? Das Ganze ist wahrscheinlich ein Crack-Server, weil sonst hätten wir hier die, äh, ja, unsere Skin-Köpfe vor den Namen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Ich hoffe natürlich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr, kommt hier auf dem Kanal im Video. In zwei Tagen seht ihr hier das Badwurst auf dem rumänischen Server. Ist auch ähnlich wie Hypixel, aber auch eine kleine Besonderheit, weil Badwurst macht hier mir sehr viel Spaß. Wir sehen uns übermorgen 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.